Cory, The Sniper, Sander! Schau dich das an, Temperaturstoß bis zum Blick in diese Augen. Den flinken Hände der ersten Runde ausgenommen. Links die Starke, die Schlaghans. Erster Schlag von, und erneut die Linke, die so blitzschnell ist, aber gut ausgewichen, von Vitali Klitsch. Gute Rechte von Vitali. Und der erste Schlagabtausch. Und guter Konter erneut von Corey Sanders. Der Klitschko locken will, der da kommt, und dann schlägt der gnadenlos zu der Südafrikaner. Das ist sehr gefährlich. Trifft nicht präzise, schlägt auch oft vorbei. Der Treffer kann das Leben eines Schwergewichtlers schlagartig verändern. Und das war ein guter Treffer. Und sofort setzt Sanders nach. Zehn Sekunden noch. Nein, kein Wirkungstreffer zu Boden. Aber eine Vitali Klitschko wirkte leicht angeschlagen. Also, hier haben wir es nochmal deutlich gesehen. Sanders hat sich in die Ecke ein erster echter Volltreffer, der Wirkung hinterlassen hat bei Vitali an Corey Sanders. Klitschko, das ganze Gesicht voller Vaseline, versucht erneut, Sanders zu stellen. In 38 Jahren hat er uns verraten, so fit ist wie noch nie, bereit über... Guter Schlag von Klitschko, aber sofort der Konter von Sanders. Diese Linke ist so schnell und so präzise. Vorzeitlich gewinnt. Lauert weiterhin auf seine Chance. Zweimal ein guter Jab von Vitali. Diese Menschen gegen den Leberhack. Die Rechte kommen von allein. Links, rechts oder linke Haken und rechte Garten. Du bist wunderbar zu sein. Und wenn gefährlich ist, die Arme oben rein. Das ist ohne Kraft gekostet. Hier gebannt. Das geschehen. Handicap 2. Und erneut die Linke da, wenn man nicht damit rechnet, wenn man ihn unterschätzt, dann ist der Blick. Die Möglichkeit ist der Schlüssel für die Schlagkraft von Sanders. Das ist erneut die Linke. Vitali Klitschko hat hier vor einem Jahr bewiesen, dass er auch was vertragen kann gegen Lewis. Hier, offener Schlag. Und das hat Kraft gekostet. Wladimir, der mitleidet, als würde er selber im Ring stehen. Er kommt aus der Linie und rechte reinziehen. Und dann, du lässt uns schon gehen lassen. Und das hier noch einmal. Und die gute Rechte von Vitali. Und links gleich hinterher. Starke Runde. Die sind so besessen. Die sind ehrgeizig. Zarte Arbeiten. Hat nicht so viel Talent. Guter Körpertreffer. Der versucht den Einzelnullen selten gut, sondern wartet auf den richtigen Augenblick. 50 Sekunden in dieser vierten Runde. Gute Rechte von Vitali. Schöne Arbeiten. Damals zu schwer verletzten Auge. Die linke Hand werden wir wieder bestimmen. Und dann kommt die Richter von ganz alleine. Pass auf zum Körper, da gehst du oben ran. Okay? Ein schönes dickes Pfeilchen unter dem rechten Auge, das hier. Viele hier nicht mehr für möglich gehalten, dass es hier überhaupt in die fünfte Runde geht. Gut jetzt von Vitali Klitschko. Alles wartet gnadenlos auf seine Chance. Wollte danach eigentlich seine Karriere beenden. Gute Aktion von Vitali. Das ist technisch, aber es war auch nicht anders zu erwarten. Kein großer Leckerbissen, aber es ist so stark. Ansatz los, die rechte Rechte reingeschoben. Ein Eindruck auf mich macht Vitali. Und Sanders beweist Nehmerfähigkeit in der Doppeldeckung. Jetzt den Stiel. Aber er geht nicht runter. Versucht die Arme oben zu lassen. Und dann ist der froh, als der Gong erzöhnt. Der Berufskollege, nämlich auch ein Polizist, hier dazwischen geht. Nach Ende von Runde. Sie wissen, eine sagt, angeschlagene Boxer sind... Wie von vielen erwartete Blitzschnellentscheidung ist es nicht. Sanders blutet aus der Nase. Er feitet. Der abgeklärtere Mann in dieser Situation ist Vitali. Jetzt Schlagabverlust in dieser sechsten Runde. Und Sanders kommt noch rein. Klitschko wesentlich frischer. Und jetzt kommt Sanders noch einmal auf. Was für ein Versuch zu ergreifen. Und der Konter von Vitali. Aber er steckt ein... Er kann was vertragen, dieser Corey Sanders. Sanders hofft auf den einen, auf den harten Schlag, auf den Lucky Punch, um diesen Kampf zu gewinnen. Nicht Abschlagabtausch gehen. Die Dinge nicht raus zur Seite, okay? Er ist ja auch. Er ist ja auch. Aber auch Klitschko, sieben. Go, 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 go! Water, water, water! Und Senders jetzt, wie auch schon in der letzten Runde im Vorwärtsgang, gut gekontert von Flitschburg. Ein großer, ein beherzter Kampf des Südafrikaners. Die Familienlehre der Klitschkurs steht auf dem Spiel. Und blitzartig modieren kann. Und zu leicht darf er nicht werden. Gute Treffer von Vitalitz zum Körper und auf die rechte. Keine Schläge, Senders nun ins Leere. Gute Treffer von Vitalitz. Und erneut in dieser achten ein offener Schlagsubstanz bei Senders. Klitschko jetzt die rechte. Kommt jetzt das große Finish. Noch eine halbe Minute dieser Südafrikaner. Schauen Sie, was der wegsteckt. Und er geht dazwischen, der Kampf ist aus. Klitschkurs Weltmeister. John Charle konnte es nicht. Schauen Sie ihn an. Das muss auch Senders anerkennen. Was für ein Schlagfestival hier. Und der 43-jährige Ringrichter steht unmittelbar daneben. Das sind alles harte Treffer und hier reicht es ihm. Und sie sahen einen tollen Tag. Before we go to the official time. We call him Dr. Michael Green.